Herzlich Willkommen liebe Freunde zu einem neuen Skill Tutorial hier auf meinem Channel. Heute werde ich euch zeigen wie ihr den Triple Elastiker ausübt. Ihr seht es auch schon im Hintergrund. Ist ein 5 Sterne Skill Move. Heißt ihr braucht die Maximalanzahlen voll Skill Charen um diesen Skill Move auszuüben. Sieht ziemlich cool aus und ist auch auf jeden Fall ziemlich effektiv ingame. Ich würde sagen wir gehen direkt rein in die Controls. Diese sind etwas schwierig. Allerdings brauchen wir nur den rechten Stick. Heißt ihr könnt euch die Reihenfolge auf jeden Fall merken. Und für die die schon den Hocus Pocus können beziehungsweise auch das Tutorial auf meinem Channel gesehen haben werdet ihr schon schnell feststellen dass das Ganze eigentlich ein Hocus Pocus ist. Allerdings spiegelverkehrt ausgeübt. Heißt ihr geht wie folgt von. Von der Laufrichtung des Spielers her. Das ist jetzt in dem Fall von Marcelo. Oben müssen wir entgegengesetzt in die Laufrichtung anfangen mit dem rechten Stick. Heißt nach unten. Dann vom Spieler aus eine Viertelkreisbewegung nach rechts wie hier gezeigt. Und dann von dieser rechten Ausgangsposition eine Halbkreisbewegung nach links. Das Ganze dann mit dem richtigen Timing ausgeübt. Sieht dann wie folgt aus. Es kann natürlich sein dass wenn ihr die Anfangsbewegung des Skills ein wenig langsamer macht dass der Spieler dann erstmal eine Ballrolle macht. Allerdings ist das halb so wild denn der Spieler wird den Skill auf jeden Fall ausüben. Und ganz wichtig das Timing. Ihr dürft den rechten Stick nicht zu langsam benutzen weil sonst wird der Spieler den Skill unwahrscheinlicher ausüben. Deswegen auch auf jeden Fall auf die Schnelligkeit achten. Das Ganze könnt ihr natürlich trainieren indem ihr den Skill erstmal langsam in der Ausübung übt. Und dann immer schneller werdet bis ihr den Skill letztendlich dann hinbekommt. Wichtiger kurzer Tipp von mir noch für die Ausübung des Skills ist auf jeden Fall dass ihr ihn in alle Laufrichtungen lernt. Heißt dass ihr jetzt nicht anfangt den Skill nur in der Trainingsarena zu üben wie gezeigt. Sondern dass ihr den wie gesagt in jegliche Laufrichtung einmal probiert damit der im Spiel auf jeden Fall auch funktioniert. Wie gesagt immer entgegengesetzt der Laufrichtung anfangen. Vom Spieler aus dann in die rechte Richtung drehen und dann mit einer Halbkreisbewegung abschließen. Dann wird der Spieler den Skill auf jeden Fall ausüben. Wenn wir zum Beispiel nach rechts laufen was ingame natürlich öfter passiert als wenn wir zum Beispiel nur nach oben laufen. Dann müssen wir nach links anfangen mit dem rechten Stick. Dann nach unten hin eine Viertelkreisbewegung. Und dann eine Halbkreisbewegung nach oben abschließen. Dann wird der Spieler den Skill auf jeden Fall ausüben. Ihr seht schon das ganze lässt sich analog zu jeder Laufrichtung adaptieren. Und ich denke ihr werdet den Skill auf jeden Fall nun hinbekommen. Viel Spaß beim Üben meine lieben Freunde. Ich werde euch jetzt zwei Ingame Highlights hinten dran blenden. Damit ihr seht wie der Skill auch im echten Spiel aussieht. Haut rein meine lieben Freunde und Peace. Ich denke ihr seht wie immer weiter. Radier rein alle Laufrichtung abone aufbíll dollern. Sieeta im Saab